Mein letztes Projekt ist sehr sehr zeitaufwendig gewesen. Es handelt sich um einen iMac mit 21,5 Zoll aus dem Jahr 2011. Ein schönes und tolles Gerät, das nur leider sehr viele Fehlerquellen haben kann und in diesem Video zeige ich, wie ich das Gerät komplett auseinanderbaue, so dass ihr an den einzelnen Bestandteilen arbeiten könnt, falls ihr an dem einen oder anderen Teil ein Defekt habt. Manche Fehler kann man beheben, indem man einfach die internen Speicher zurücksetzt, zum Beispiel das SMC. Dazu entfernt man das Netzkabel und drückt Shift, Alt und Steuerung gleichzeitig für 12 Sekunden, während man den An- und Ausschalter betätigt. Wenn das nicht hilft, kann man das NV-Ram zurücksetzen. Das Gerät wird eingeschaltet und für 20 Sekunden lang drückt man die Tasten Command bzw. Windows, Alt, P und R. Wenn der Mac trotzdem weiterhin nicht richtig funktioniert, so wie meiner hier, dann liegt wohl ein Hardwarefehler vor. In diesem Fall sollte man den Apple Hardware Test durchführen. Dazu schaltet man den Mac ein und hält die Taste D gedrückt. Wenn es klappt, wird einem am Ende ein Code ausgespuckt, der einen darauf hinweist, was an der Hardware defekt sein könnte. Diesen Code kannst du dann in der Suchmaschine deiner Wahl eingeben und herausfinden, was er bedeutet. Falls das Problem am Display liegt und das Display einfach schwarz bleibt, die genannten Methoden nicht geholfen haben, dann gibt es noch die Möglichkeit, das Display bzw. den iMac an einen externen Monitor anzuschließen. Für den Anschluss braucht man einen passenden Adapter, z.B. Mini Display Port zu VGA. Wenn man den iMac richtig angeschlossen hat und der Start-Sound am Anfang auch erklingt, dann weiß man ja, dass das System im Grunde funktioniert. Sofern also ein Bild auf dem zweiten Monitor ausgegeben wird, heißt das, es liegt nicht an der Grafikkarte. Vielleicht ist das Display selbst beschädigt oder ein Bestandteil des Macs, der für das Display zuständig ist, z.B. die LED-Platine oder das Netzteil. Es ist auf jeden Fall immer gut, durch die verschiedenen Methoden, die es gibt, die Fehlerquellen einzugrenzen, sodass man weiß, wonach man schauen sollte und weiß, was man überprüfen sollte. Und hier bei diesem System ist klar, der Prozessor funktioniert, die Grafikkarte funktioniert, es scheint im Grunde an den wesentlichen Komponenten alles zu stimmen und trotzdem bleibt noch genug zu tun, um die restlichen Fehlerquellen sich anzuschauen und das Problem zu finden. Wenn ihr, so wie ich, euch entschließt, diesen Mac auseinanderzuschrauben und den Fehler vielleicht selbst zu finden und zu reparieren, dann gebe ich euch den Ratschlag, das sehr behutsam zu machen, wo man an sehr vielen Stellen Teile des Gerätes beschädigen oder sogar das ganze Gerät kaputt machen kann. Ich habe mich selbst auch nicht einfach so daran getraut, sondern habe die Anleitung aus dem Internet genutzt auf ifixit.com. Wie man hier sieht, habe ich Karten zwischen die Magnete am Gehäuse und die zerbrechliche Glasscheibe geschoben, um die Glasscheibe entfernen zu können. Besser wäre es natürlich, einen Saugnapf zu nutzen, aber leider hatte ich keinen. Die Glasscheibe ist leider sehr dünn und empfindlich, deswegen kann es leicht passieren, dass man bei der Reparatur noch etwas mehr kaputt macht. Ist das Display freigelegt, kann man nun acht Schrauben an den Seiten entfernen, jeweils vier links und rechts. Anschließend kann man das Display anheben und die Kabel unten lösen. Und das ist auch das Vorgehen in der ganzen restlichen Zeit. Man löst die Kabel, man entfernt die Schrauben, man nimmt die Teile heraus. Bei vielen Kabeln muss man halt sehr vorsichtig sein, weil die Kontakte sehr sensibel sind. Da muss man zum Beispiel einige Kabel, wie das Displaykabel, nur seitlich herausziehen, indem sie nach oben herausziehen. Andere Kabel scheinen sehr fest zu sein, wie zum Beispiel beim Netzteil auch. Da muss man halt schauen, dass man den Hebel auch betätigt und dann versucht, mit ein paar Rüttlern die Kontakte auseinanderzunehmen. Deine Kabel ist das Lausinanderzunehmus. Untertitelung des ZDF, 2020 Falls auch ihr ein Problem mit dem Display habt, einem schwarzen Display zum Beispiel, dann lohnt es sich vielleicht auch noch, bevor man ein Ersatzdisplay kauft, die Kontakte auch am Display selbst zu überprüfen. Bei mir war das nämlich zum Beispiel auch locker, hat aber das Problem am Ende doch nicht gelöst. Darauf sollte man auch beim Wiedereinbau des Displays achten, denn es kann leicht passieren, dass beim Einbau vielleicht zu viel Ziehkraft entsteht und deswegen das Kabel sich am Display löst. Also wenn das Display nach dem Reparaturversuch nicht mehr angeht, schaut auch da nochmal rauf. Vielleicht aber liegt euer Problem ja ganz woanders und sobald ihr das Display entfernt habt, könnt ihr anfangen, an den Komponenten des Systems zu arbeiten. Hier seht ihr die Übersicht über das System. Man sieht oben links und oben rechts die Lüfter. In der Mitte ist das Motherboard und darunter sieht man gleich die Festplatte. Links ist das optische Laufwerk und rechts sind die LED-Platine und das Netzteil. Bevor ihr weitermacht, solltet ihr spätestens jetzt auch den Rahmen noch entfernen, damit dieser nicht beschädigt wird beim Reparaturversuch. Übrigens lohnt es sich, den Rahmen auch noch zu überprüfen, bevor man überhaupt irgendwas macht, denn manchmal sitzt der Rahmen einfach nur nicht richtig im Gehäuse oder aber ist fehlerhaft, sodass ein Austausch schon das Problem lösen kann. Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass das optische Laufwerk hier, das DVD-Laufwerk, die Problemursache ist bei einem System, das nicht mehr starten will, aber man muss es trotzdem ausbauen, um an das Motherboard heranzukommen. Übrigens kann man es auch ersetzen durch eine SSD-Festplatte, die man an diese Stelle einfach einsetzt. All-in-One-Computer wie dieser iMac werden gerne mal zu heiß. Deswegen lohnt es sich bei den Lüftern immer auch, wenn man ohnehin schon daran arbeitet, auch noch eine gründliche Reinigung durchzuführen. Schaut auch auf den Platinen, die ihr so vorfindet, ob da Überhitzungserscheinungen sind. Das könnte ein Hinweis sein, welche Platine vielleicht defekt ist. Hier ist das Motherboard zum Beispiel leicht verfärbt, aber es funktioniert ja noch, wie ich das im Monitor-Test gesehen habe. Auch aufgeblähte oder geplatzte Kondensatoren sind ein guter Hinweis darauf, welches Teil repariert werden muss oder ausgetauscht werden sollte. Weiterhin könnten kleine Mikrochips auf den Platinen defekt sein, geplatzt sein, verbrannt sein. Auch die zeigen natürlich, was ausgetauscht werden sollte. Kleiner Sicherheitstipp für das Netzteil, wenn man keinen Stromschlag kriegen möchte, sollte man eine halbe Stunde vergehen lassen, nachdem man das System vom Strom getrennt hat und bevor man am Netzteil selbst arbeitet. Hier ist auch beim Lösen der Kabel die Reihenfolge sehr wichtig, weil man zuerst den Gleichspannungsstecker lösen sollte und dann das Netzkabel löst. Beim Wiedereinbau da natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Die empfindlichen Kabel der Airport-Karte haben Streifen am Kabel, sodass man gut sehen kann, wo sie hingehören. Das ist beim Wiedereinbau dann natürlich hilfreich. Alle Kabel, die man vom Motherboard löst, sollte man sich auch so legen, dass beim Wiedereinbau diese Kabel auch wieder gut verfügbar sind und angesteckt werden können. Glaubt mir, man ärgert sich nur, wenn man das Motherboard umsonst eingebaut hat und wieder ausbauen muss, weil auch nur eins dieser Kabel unter das Motherboard gerutscht ist und nicht mehr angesteckt werden kann. Die Schrauben haben übrigens unterschiedliche Längen und man sollte sich gut merken, wo die Schrauben jeweils hinkommen oder sie sich so hinlegen, dass man später auch wieder hinkriegt. Das ist einer von mehreren Gründen, warum die Reparatur eines IMAX als besonders schwierig gilt. Den Infrarotsensor kann man leicht übersehen, auch er ist mit einem Kabel am Motherboard befestigt und kann einfach herausgezogen werden. Bei den meisten Kabeln ist zwar klar, wo sie hingehören, trotzdem lohnt es sich, sich ein klares Bild davon zu machen, wo jedes einzelne Kabel hingehört, damit man schon beim Ausbau weiß, was man da eigentlich ausbaut und beim Einbau dann auch keine größeren Schwierigkeiten hat. Ein Plan des Systems ist dabei natürlich auch hilfreich. Genauso wie die Lüfter sollten auch die Kühler standardmäßig gereinigt werden. Also, wir brauchen eine Kühler-Jäle-Kohrir-Jäle-Hofan. Als es sich um ein Kühler-Jäle-Durk charges fuß, den Anidea-Kohrir handelt, die Lüfter-Jäle-Kohrir und die Kühler-Jäle-Kohrir-Jäle-Kohrir standstill. Also, ich werde auch mit dem Kühler-Jäle-Kohrir raushon, aber in dem Kühler-Jäle-Kohrir standstill. Ich werde auch mit dem Kühler-Jäle-Kohrir dies, die Kühler-Jäle-Kohrir-Jäle-Kohrir źle-Kohrir. Falls bei euch die Grafikkarte defekt ist und ihr sie austauschen möchtet, durch eine MXM Grafikkarte, die vergleichbar ist, z.B. die HD 6750, dann fangt gar nicht erst an ohne einen Torx T8 Schlüssel. Untertitelung des ZDF, 2020 Die weiße Wärmeleitpaste, die für den NV-Rahmen da ist, kann man einfach wieder ein bisschen zusammenkratzen und in Form bringen, sodass man sie wieder verwenden kann. Die Wärmeleitpaste am Grafikprozessor hingegen würde ich durch neue ersetzen. Die Grafikkarte ist leider eine dieser Schwachstellen von dem System, denn die scheinen häufig einen Ausfall gehabt zu haben. Man kann sie heute nicht mehr reparieren lassen im Repair-Shop von Apple, denn die sagen, sie haben keine Ersatzteile dafür. Und Ersatzteile, Ersatzgrafikkarten bei Ebay zu kaufen, ist trotzdem sehr, sehr teuer. Ich habe keine unter 120 Euro gefunden, die funktioniert. Das sind natürlich Quatschpreise, weil die Leute wissen, dass man es nicht mehr nachkaufen kann und daher versuchen, noch so viel Geld wie möglich daraus zu holen, obwohl die Karten selbst eigentlich nur noch 10 Euro wert sind. So wird eine vernünftige Reparatur von älteren Apple-Geräten nicht nur von Apple selbst verhindert, sondern auch von habgierigen Privatverkäufern. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr euren Defekt eher beim Prozessor vermutet, könnt ihr natürlich das ganze Kühlsystem auseinanderbauen und auch den Prozessor untersuchen. Falls ihr euren Defekt eher beim Prozessor vermutet, könnt ihr das ganze Kühlsystem auseinanderbauen und auch den Prozessor vermutet, von Werk aus ist hier ein Intel i5-Prozessor der zweiten Generation eingebaut mit der S-Endung. S steht hier für Special Edition und ist ein Euphemismus für ohne Grafikeinheit. Man kann also bei defekter Grafikkarte die Grafikkarte nicht einfach ausbauen und auf die Grafikprozessoreinheit des Prozessors bauen, weil der eben keine hat. Den Prozessor aber einfach durch einen normalen i5-Prozessor zu ersetzen, der eine Grafikeinheit hat, geht leider auch nicht, denn die verbrauchen mehr Strom und das verträgt das System auf Dauer nicht gut. Das Netzteil wird durch die höhere Wattleistung, die beansprucht wird, wahrscheinlich in die Knie gezwungen. Die Festplatte kann man auch ausbauen, ohne alles andere entfernen zu müssen. Wenn also euer Fehler bei der Festplatte liegt, angezeigt auf dem Bildschirm zum Beispiel durch einen Ort da mit Fragezeichen, dann lohnt es sich vielleicht die Festplatte auszutauschen oder einfach nur das Betriebssystem neu zu installieren. Nach der ganzen Arbeit an dem Mac ist nur eine einzige Schraube übrig geblieben. Hoffentlich konntet ihr den Fehler finden und vielleicht auch reparieren. Falls diese Anleitung dabei hilfreich war, schreibt doch was in die Kommentare. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.